Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Heute in der Folge, wir suchen das Geheimnis von diesem Pisser, wo er sich versteckt. Könnte es sein, dass wir ihn nicht finden? Will das Pferd klauen? Ah, das ist mein Pferd, cool. Okay, schnappen wir uns mal das Pferdchen und... Mein Gott, das sieht aus wie so ein Robin Hood, oder? Nee, nee, äh, wie, wie, äh, warte, 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 äh, wie einer der drei Muskeltiere, so sehe ich aus. Krass. Äh, jedenfalls suchen wir heute mal ein bisschen herum. Muss ja irgendwo möglich sein, das Ding zu finden, oder? Ja, ich kann keine Schreie verwenden auf dem Pferd, das ist scheiße. Und es fehlt dem Pferd auch ein bisschen an Ausdauer. Dennoch muss es hier ein Versteck geben, er muss sich hier irgendwo versteckt halten, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Äh, wir gucken mal hier in diesen Bereich. Er muss sich an der Nähe befinden, ne? Theoretisch. Lass uns hier mal ein bisschen was abgrasen, würde ich sagen. Akzeptiere nicht, dass ich ihn nicht finden kann. Die Hütte kennen wir, ne? Ich könnte wahrscheinlich auch googeln, aber... Ich glaube nicht, dass das die richtige Scheidung wäre. Ich laufe in die falsche Richtung. Ich glaube nicht mehr, einfach mehr. Wir laufen ein bisschen verkehrt. Wir müssen... Hä? Was? Okay. Wo ist Norden? Wo ist fucking Norden? So, da ist Norden. Und Norden zeigt... In die Richtung? Ach, klar, logisch. Norden ist ja oben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Norden wäre da in diese Richtung. Da müssen wir Richtung Südosten, ne? Okay. Kleine Verwirrung am Anfang der Folge. Kann ruhig mal passieren. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas in der Gegend finden. Der muss sich hier doch irgendwo befinden. Ich glaube, ich werde verfolgt, oder? Ah, er ist nur ein Troll. Alles cool. Der trollt sich schon. Hallo? Ich habe dich gefunden. Oh, die kümmert sich um den Troll-Effekt. So, wo befinde ich mich? Doch in diese Richtung da. Ich will Richtung Süden. Das Spiel verarscht mich einfach. Bin ich schon wieder hier, ne? Ich glaube, wir da schon vorbeigelaufen sind. Meine Höhle, Freunde. Ist das vielleicht die Höhle dieses Idioten? Wir steigen mal ab. Vorsichtshalber. Oh, wir sehen noch nichts, was den Weg versperrt. Dintenscheine wie Bären oder Trolle zu sein, interessiert uns nicht. Ah, es sind Bären. Okay, die Höhle ist ein bisschen weiter weg als gedacht. Die hatten wir schon mal gesehen, ne? Da ist irgendwie so ein See, ne? Ja, das ist ein See. Oh. Ach, du bist es. Machen wir hier keinen Scheiß. Unter Wasserhöhle ist es nicht. Da haben wir es doch. Bruch-Axt-Schanze. Dann schauen wir mal, was wir da drinnen finden. Okay, ich sehe Leute. Es sind einfach Banditen. Keine toten Beschwörer. Schade. Hahaha. Damit laden wir unsere schwarzen Seelensteine gerade auf. Ein Nordbogen. Sieht zwar toll aus, aber macht alles nicht so wirklich Schaden, ne? Ich brauche irgendwas, was richtig fett Schaden macht. Da muss es doch irgendwas geben. Schlafe, mein Freund, schlafe. Achso, er hat seine Waffe verloren. Gut, er hat sie nicht verloren, aber... Irgendwie wollte er seine Waffe nicht mitkommen. Jetzt ziehen wir doch an der Hose dran. Komm, wir richten das. Wir richten das. Das ist sein Schwanz. Das ist keine Waffe. Hahaha. Komm, reißen wir ihm seinen Schwanz ab. Was liegt denn da noch? Ach, das ist Blut. Okay. Äh, du machst das schon, ne? Das sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Überall diese Marodeure, ne? Können leider zu viel aushalten. Jetzt kriege ich wieder Dietrich ohne Ende, ne? Komm, machen wir Dietrich hier. Läuft das wieder. Unglaublich. Na los, lass das Tor hinunter. Hat er sich da hingesetzt? Fällt er da hier runter? Schade, das wäre cool gewesen, wenn er runterfällt. Okay, er hat das Tor jetzt nicht aufgemacht. Vielleicht hätten wir warten müssen. Vielleicht hätten wir einfach warten müssen. Und das Gespräch quasi belauschen. Das ist wirklich jetzt ein bisschen blöd, dass das Tor nicht runtergeht, ne? Was wären das für Idioten, wenn sie hier ein Tor offen lassen würden? Schleichweg sehe ich hier auch nicht. Mist. Ach, ne Truhe. Das dürfte doch irgendwie hinzukriegen sein, diesen Schalter zu drücken, oder? Jungs, hallo. Machst du mir das Tor auf? Das wäre verdammt nett. Hier bin ich. Nein, lauf nicht weg. Hallo. Müssen wir das Tor aufmachen, die wir hier angreifen. Aha. Also wird das nichts. Das ist ja raffiniert gemacht, ey. Ich muss da irgendwie rankommen. Oder gibt es vielleicht hier irgendwo noch einen anderen Schalter? Wir haben doch bisher immer einen Trick gefunden. Okay, ich sehe auf jeden Fall keinen Schalter. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das hin. Wir müssen nur herausfinden, wie. Magie? Schreie? Sturmruf? Ähm, nein. Wirbelwindsprint. So geht das natürlich auch. Ah, es gab hier einen Schleichweg hin. Oder was? Hab ich den Weg hier nicht gesehen? Okay, es gab einen Weg hier hin. Aber egal, wir haben es auch anders gelöst. Passt. Und das war's mit dir, mein Freund. Das war's. So, das Tor ist unten. Wir haben das Ding reingelegt. Alles gut. Lass, aus hier! Hier sind aber noch verdammt viele von denen. Oder vielleicht hat sich der Todbeschwörer auch, äh, mit den Banditen eingelassen. Vielleicht ist er der Grund dafür, dass die Banditen hier sind. Höh. Ein bisschen verzögert, aber gut. Hauptsache, du fällst noch rum. Was für eine Kuh lagst. Irgendwer hat mich gesehen. Du bist es. Nö, war nix. Ich möchte meinen Dolch einsetzen. Hast du nicht? Ist niemand. Oh, shit. Wäre er alleine gewesen, wäre das gar kein Problem. Hätte ich auch den Dolch einsetzen können, aber wenn die mehrere Leute sind, könnte man das vielleicht nicht machen. Jawohl. Der bleibt erst auf eine Weile liegen. Okay. Ich will den Dolch einsetzen. Ich will meine Fähigkeit verbessern, dass ich mir Schaden mache. Was ist denn da hinten los? Ah, da ist ein Pfeil von mir gelandet. Achso. Ich verstehe. Die sitzen alle zusammen. Ich weiß nur, dass jemand da draußen ist. Jetzt weiß er es bestimmt. Scheiße, ich stecke fest. Nicht bewegen, Freunde. Shit. Ich glaube, ich habe mich nicht getroffen. Ich bin sicher, dass ich etwas höre. Es muss sich hier oben sein. Beide, nein. Die ist schon mal weg. Wenn ich den getroffen will, auch weg. Nur noch du und ich, Grant. Nur noch durch. Bist du dir da sicher? Besser, guck mich an. Er guckt mich an. Okay, und weg ist er. Oh, da wollte ich ein Tänchen. Glaub nicht, dass das der Typ war. Nicht der Meister, ne? Sucht nach Vernons Versteck. Aber wo soll der... Weißt du was? Das reicht mir jetzt hier langsam. Ich kann mir jetzt hier langsam. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist dieser Typ? Ich habe gerade mein Tablet rausgeholt. Jetzt wird geguckt, wo der Typ ist. So. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der da so seine Schwierigkeiten hat. Mal sehen. The hidden lair is hidden. So your interest between the garden and the little pond of the... Also es ist doch auf dem Hof. Ah, okay, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Mach den Typen kaputt. Erstmal gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Lass, ihr hier! Hier scheint niemand mehr zu sein. Das heißt, wir klauen uns auf jeden Fall mal diese Truhe. Telekinese brauchen wir nicht mehr. Als könnten nehmen wir mit der Rest. Kann gerne drinnen bleiben, weil der scheiße ist. Und dann fühlen die sich auch nicht so beklaut, wenn sie wieder aufwachen. Weil die sind ja noch gar nicht tot, ne? Die sind ja nicht tot, Freunde. Okay, da geht's nicht lang. Aber. Oh, meine Leiling is true. Jetzt knack ich sie plötzlich alle ohne Probleme, ne? Bevor wir als wir Mangel hatten. Nicht einmal hingekriegt. Die Frage ist jetzt, wo lang? Hier offensichtlich nicht. Nehme ich doch gerne mit. Und meinen Pfeil möchte ich auch gerne wieder haben. Dankeschön. Tschüss. Also wenn wir es richtig gut anstellen, können wir Leute mehrmals mit dem Deutsch treffen. Das heißt, mehrmals zu viel Schaden machen. Achso, das war der Käfig. Das wäre ein Tier. Gut, lass uns rausgehen und diesen Typen suchen. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Meine Geduldsprobe ist vorbei. Hä? Sehr gut versteckt. Respekt. Hätte ich im Leben nicht gefunden. Okay. Hinter. Machen wir sie fertig. Hallo, Ferdin. So. Zwischen Garten und irgendwas anderes war das. Ich hab das nicht zu Ende gelesen. Aber ich wollte auch irgendwo ein bisschen Spannung in die Sache bringen. Eigentlich müsste ich einfach nur das Gras entfernen und dann wäre das richtig gut zu sehen. Ach, deswegen haben wir es nicht gefunden, wegen der Mod. Weil die Mod ein bisschen zu krass ist. Ja. Alter, ihr lebt hier schon seit Ewigkeiten. Ihr müsst doch hier eine Falltür gesehen haben. Okay, ich guck noch mal nach. Ich guck noch mal nach. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, einmal ganz kurz drauf zu luschern. So. Es ist bei einem Berg. Also eher am Rande. Okay. Okay. Wie soll man so etwas auch finden? Und da muss man erstmal wissen, was von diesem Scheiß hier ist. Überhaupt der Garten. Hier ist doch der Garten, ne? Hier muss es sein. Versteckt da. Bam. Gewunden. Da musst du nur rauszoomen. Um ein bisschen mehr zu sehen. Durchsucht das Versteck nach allem, was Bedeutung hat. Lass es dir! Ah, hier ist niemand. Oh, Vernons Tagebuch. Als ihr das Buch öffnet und lest, fällt ein geheimnisvoller Kristall aus der Lücke zwischen den Seiten. Ihr legt ihn ins Buch zurück. Denn dies wird Bruder Arnlands bestimmt interessieren. Okay, wir lesen es gleich durch, sobald die Schrift da weg ist. Bitte? Wir haben es endlich geschafft. Wir haben das lang verlorene deandrische Artefakt gefunden, das als Traumkristall bekannt ist. Allerdings hat es Probleme gegeben. Irgendeine beschützende Magie schirmt sie von unserer Welt ab. In diesem Zustand sind sie für mich nutzlos. Glücklicherweise kann ich durch meine kürzlich erfolgten Ausflüge in die Magie der Totenbeschwörung einige dienliche Gestalten treffen. Ich werde ihnen die Kristalle zeigen. Vielleicht können sie die Magie darin entschlüsseln. Ich zeigte die Kristalle meinen Gefährten und sie sind so unfähig wie ich, die Magie darin zu befreien. Es sind fünf Kristalle, also werde ich einen behalten und die anderen an verschiedene Gruppen senden. Wir müssen das nicht nur schnell tun, sondern sie auch getrennt halten. Wenn sie in die falschen Hände fallen, werde ich sie nie benutzen können. Die Beschwörungen darin sind knifflig. Aber ich vertraue darauf, dass wir sie sehr bald freisetzen können. Dann werde ich sie anwenden können. Ich bin mir deswegen noch nicht sicher. Aber ich werde mir etwas einfallen lassen. Vielleicht zur Verbesserung meiner Totenbeschwörung. Ein untoter Diener? Kannst du dir das vorstellen, welche Freude das bereitet? Jemand, der für dich putzt, das Essen bringt und zur Hand geht? Okay, ich will gar nicht wissen, was er damit meint, zur Hand geht. Ohne ihn füttern oder sich um ihn kümmern zu müssen. Oder um seine Gefühle sich zu kümmern. Ich kann mir nicht vorstellen, warum einer darauf verzichten sollte. Oder vielleicht verstärke ich die örtlichen Wachen. Stell dir vor, welche Macht darin liegt, eine untote Armee zur Verfügung zu haben. Das würde mit Sicherheit den Konflikt in diesem Land beenden. Wir werden einen Nutzen finden, dessen bin ich mir sicher. Die Unterstützung kommt gut voran. Wir haben das Siegel eines der Kristalle gebrochen. Ich bin außerdem nahe dran, meinen eigenen zu entschlüsseln. Ich habe meine Forschung in eine kleine Höhle verlegt, direkt hinter der Priorei. Die anderen sind beunruhigt, weil ich solches Interesse an so einem Artefakt hege und die Untoten studiere. Sie scheinen übervorsichtig bei ihren Bemühungen zu sein. Das verärgert mich sehr. Sie verzichten auf so viele Möglichkeiten. Diese Welt könnte sich durch diese Magie verändern und durch das Studieren solcher Künste. Warum Sie das für falsch halten, verstehe ich nicht. Aber das kümmert mich nicht. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde die Magie dieser Kristalle selbst entfesseln und Ihnen beweisen, wie hilfreich sie sind. Ich werde bald zur Festung Vollgrund zurückkehren. Dort kann ich weiter üben, wie die Kristalle zu nutzen sind, sobald wir jedes Siegel gebrochen haben. Deswegen bin ich sehr aufgeregt, weil sie bereits große Wirkungen gezeigt haben. Gedankenkontrolle, Veränderung und sogar Manipulation der Welt um den Benutzer herum. Solche Macht darf nicht vergeudet werden. Ich werde Ihre Vergeudung nicht zulassen. Ja, mach das ruhig. Ich mach dich kaputt und dann ist alles gut. Und hier hat der Penner geschlafen. Gut, ich hab's mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, dass ich mich irgendwo durchprügeln muss oder so. Aber das kommt noch. Das kommt noch, Freunde. Aber wir haben es zumindest schon mal gefunden. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, morgen erfahren wir mehr über diesen komischen Stein und vielleicht sogar den Aufenthaltsort unseres Kollegen, den wir eigentlich schon aus dem Buch wissen. Hohoho, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.